Ich bin Herbert Kehl. Kehl wie zwei E. Ich bin Bürger von Männendorf, Ehrenbürger. Und Männendorf ist super, da hat es ein Spital, das man einem gut pflegt. Ich bin sorgt, dass ich mich mit dem Spital Männendorf bin, da komme ich wieder. Spital Männendorf. Kompetent umsorgt direkt am Zürichsee.